Akquise ist wirklich eine der wichtigsten Faktoren, die du aus meiner Sicht können musst. Wenn du akquirieren kannst, hast du immer einen Vorteil. Und nochmal, du wirst immer bei der Akquise mehr Neins wie Ja's bekommen. Nochmal, da draußen, egal was ihr alle ihr Lieben verkauft, egal welches Produkt, welche Dienstleistung, es braucht auch kein Mensch da draußen. Es gibt genug von euch, Versicherungen wie Santa mehr. Der größte Engpass heute, nach wie vor für mich ist, zeigt mir einen Verkäufer, der Termin hat und ich zeige dir einen Verkäufer, der Geld verdient. Das hat er richtig gut gemacht, wir sind total begeistert, total motiviert und wir gehen da raus und geben richtig Gas jetzt. Die Frage ist nur, wie geduldig bist du und wie bleibst du dran? Im Endeffekt steckt der Mann einfach nur an. Und am liebsten möchten wir gleich losrennen und jetzt umsetzen, was er so beibringt. Schau, eine Frage deiner Einstellung. Und nochmal, Akquise ist eine Frage deiner Einstellung. Du kannst immer und überall akquirieren. Du kannst immer und überall akquirieren. Du kannst immer, wie es ist, wie es ist. Du kannst immer, wie es ist. Du kannst immer, wie es ist.